Schizoide Persönlichkeitsstörung die besten Behandlungsmöglichkeiten Schizoide Persönlichkeitsstörung ist eine Art von exzentrischen Persönlichkeitsstörung. Eine Person mit dieser Störung hat Verhalten, das von den meisten anderen Menschen unterscheidet. Zum Beispiel neigen Menschen mit schizoiden Persönlichkeitsstörung sozialen Interaktionen zu vermeiden, und einige können distanziert oder fehlt Persönlichkeit zu sein scheinen. Doch Menschen mit dieser Störung sind in der Lage ziemlich gut in der Gesellschaft zu funktionieren. Es ist schwierig, genau die Prävalenz dieser Erkrankung beurteilen zu können, weil die Menschen mit schizoiden Persönlichkeitsstörung selten Behandlung zu suchen. Schizoide Persönlichkeitsstörung betrifft Männer häufiger als Frauen, und ist häufiger bei Menschen, die nahen Verwandten mit Schizophrenie haben. Schizoide Persönlichkeitsstörung beginnt in der Regel in der späten Adoleszenz oder im frühen Erwachsenenalter. Verursacht schizoide Persönlichkeitsstörung Wenig ist über die Ursache der schizoiden Persönlichkeitsstörung bekannt, aber beide Genetik und Umwelt im Verdacht stehen, eine Rolle zu spielen. Einige psychische Gesundheit-Profis spekulieren, dass eine düstere Kindheit, wo Wärme und Emotion waren für die Entwicklung der Erkrankung fehlt beiträgt. Das höhere Risiko für schizoide Persönlichkeitsstörung in Familien von Schizophrenen legt nahe, dass eine genetische Anfälligkeit für die Erkrankung vererbt werden könnten. Symptome Die Symptome der Schizotypal-Persönlichkeitsstörung Unterschiedliche Vorstellungen von Identität Unrealistische Ziele und Wünsche Der Mangel an Empathie Unnötige Angst in Beziehungen Unnötig Misstrauen in Beziehungen Ungerade Verhalten Ungewöhnliche Denkprozess Ungewöhnliche Sinneswahrnehmungen Bizarre Erfahrungen Kalt und gleichgültig zu emotionalen Stimulus Möchte werden allein gelassen Suspisches Persönlichkeitsmerkmale Fühlt sich von anderen viel verfolgt Dauts Loyalität derjenigen, die nahe Paranoid Verhalten Der Mangel an Freunde Schlechte Beziehungfähigkeiten Behandlung Gesprächstherapie Psychotherapie Wenn sie das Gefühl, dass sie engere Beziehungen haben möchte, kann eine modifizierte Form der kognitiven Verhaltenstherapie helfen, die Überzeugungen und Verhaltensweisen zu ändern, die Probleme für sie sind Ein Therapeut mit Erfahrung schizoide Persönlichkeitsstörung zu behandeln, ist wahrscheinlich ihr Bedürfnis nach persönlichen Raum zu verstehen und wie schwierig es ist, für die sie über ihr inneres Leben zu eröffnen Er oder sie kann den Kontakt zu ihnen fortsetzen, ohne es zu übertreiben Eine Form der Beratung ist die Form der Behandlung am häufigsten verwendet Die Behandlung wird wahrscheinlich den Schwerpunkt auf die Erhöhung der allgemeinen Bewältigungsstrategien sowie auf die Verbesserung der sozialen Interaktion, Kommunikation und Selbstwertgefühl Weil Vertrauen ein wichtiger Bestandteil der Therapie ist, kann die Behandlung für den Therapeuten eine Herausforderung sein, weil die Menschen mit schizoiden Persönlichkeitsstörung Schwierigkeiten haben, Beziehungen mit anderen zu bilden Medikamente Zwar gibt es keine spezifische Droge ist schizoide Persönlichkeitsstörung zu behandeln, können bestimmte Medikamente mit Symptomen helfen Oder während Antipsychotika nicht eine Routine Teil der Behandlung sind, können sie verwendet werden, mit abgeflachten Emotionen und sozialen Problemen zu helfen Medikamente ist in der Regel nicht verwendet, selbst schizoide Persönlichkeitsstörung zu behandeln Medikamente können jedoch vorgeschrieben werden, wenn die Person auch von einer zugeordneten psychologisches Problem leidet, wie Depression Gruppentherapie Ein Ziel der individuellen Behandlung kann eine Gruppeeinstellung sein, indem sie mit anderen interagieren können, die auch neue zwischenmenschliche Fähigkeiten zu üben Im Laufe der Zeit kann die Gruppentherapie auch eine Stützstruktur und erhöhen sie ihre soziale Motivation Psychotherapie Zwar gibt es viele vorgeschlagene Behandlungen nähert man sich für diese Erkrankung machen könnte, keiner von ihnen wahrscheinlich leicht wirksam zu sein Wie bei allen Persönlichkeitsstörungen, ist die Therapie der Wahl individuelle Psychotherapie Doch Menschen mit dieser Störung sind unwahrscheinlich Behandlung zu suchen, wenn sie unter erhöhtem Stress oder Druck in ihrem Leben sind Die Behandlung wird in der Regel kurzfristiger Natur sein das Individuum lösen, um die unmittelbare Krise oder ein Problem zu helfen Der Patient wird dann beenden wahrscheinlich Therapie Ziele der Behandlung am häufigsten sind lösungsorientierte Kurztherapie-Ansätze Kognitive Verhaltenstherapie Kognitive Verhaltenstherapie ist so konzipiert, Verhalten zu ändern Es kann bei der Behandlung dieser Bedingung erfolgreich sein, weil sie lernen, wie man in sozialen Situationen zu handeln Dies kann Angst und Zurückhaltung zu reduzieren, um soziale Beziehungen zu verfolgen CBT ist eine Art von Psychotherapie, die Menschen mit der Bedingung bewältigen helfen können, und ihre verzerrte Denkmuster anpassen Der CBT-Ansatz ist in der Regel kurzfristige mit dem Ziel der Unterstützung der einzelnen authentische Freundschaften und soziale Bindungen zu entwickeln Wenn die einzelnen Aufenthalte in der Therapie lange genug für einen kleinen Therapeut Beziehung zu entwickeln, kann der Kunde beginnen, um mehr über seine inneren Erlebnisse und verzerrte Denkmuster zeigen, die Probleme verursachen